Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ich habe ja schon mal Videos gemacht mit meinen Lieblingspfeifen unter 100 Euro, unter 200 Euro. Aber das war so ein kleines Problem, weil manche Leute wollen gar nicht nach einem gewissen Preisspektrum suchen, sondern fragen einfach nur, was sind denn in den verschiedenen Kategorien, die es so grob gibt, die besten Pfeifen, mit denen man anfangen könnte. Oder manche Leute sind auch gar nicht drauf aus, bei der ersten Pfeife eine super günstige Pfeife zu bekommen, sondern suchen vielleicht eine große Vierschlauch, die kostet halt ein bisschen mehr. Oder manche Leute sagen auch, ich will richtig dick einsteigen. Ich will jetzt eine Pfeife kaufen und dann nie wieder eine brauchen. Dafür ist dieses Video heute da. Ich sage euch meine Empfehlung an Einsteigerpfeifen, die nicht unbedingt günstig sein müssen, aber vielleicht ein kleines bisschen was Preis-Leistung in ihrer jeweiligen Kategorie rausstechen. Und die gucken wir uns heute zusammen an. Und als erstes fangen wir an mit der wahrscheinlich am gefragtesten Kategorie, günstige Komplett-Sets im Einsteigerbereich oder auch kleinere Pfeifen, die trotzdem in ein Komplett-Set kommen. Und da habe ich als erstes diese Pfeife hier für euch. Die hatte ich auch schon im Review. Das ist die MVP 360. Könnt ihr euch auch nochmal das eigenständige Video über diese Pfeife hier angucken. Als Alternative dazu hätte ich noch die Amy I Need You. Die gibt es auf Amazon teilweise für zwischen 40 und 50 Euro im Komplett-Set. Diese Pfeife hier kostet 80 Euro. Man kann sie aber auch hier und da mit Code SWG10 zum Beispiel bei Shisha Union nochmal 10% günstiger kriegen. Dann kriegt ihr diese Pfeife hier für 72 Euro. Außer es ist sogar nochmal ein Angebot drauf. Also die Pfeife kann man schon so ab 65, 70 Euro bekommen. Und dafür im Komplett-Set. Das heißt sie kriegt Kopf, Kopfaufsatz, Schlauch, Schlauchfeder, Mundstück. Alles mit dabei und eben diese Pfeife hier. Bei der Amy ist auch alles mit dabei und sie kostet nochmal ein klein bisschen weniger. Und man kann sie auf Amazon kaufen. Deswegen im günstigen, kleinen, kompakten Komplett-Set-Kategorie-Ding. Diese zwei Pfeifen auf jeden Fall für mich Top-Empfehlung für Einsteiger. Was man auch noch zu der Aladin hier sagen kann. Sie gibt es auch noch in etwas größer. Das heißt das ist die 6 und 360er, was für 36 Zentimeter steht. Es gibt sie aber auch nochmal in 10 Zentimeter größer. Beziehungsweise sind 11 Zentimeter größer. Die 4,60 oder die 4,70. Im Grunde genau dieselbe Pfeife. Kostet 20 Euro mehr und ist dafür ein kleines Stückchen größer. Ich habe jetzt leider gerade keine hier. Aber ihr könnt euch einfach diese Pfeife hier ein klein bisschen größer vorstellen. Und genau das ist das dann auch. Die ganzen Punkte, die ich aufgezählt habe, zählen eben auch für die Aladin MVP 4,70 oder 4,60. Zwischendrin nochmal kurz der Aufruf. Und nur ungefähr die Hälfte der Leute, die diese Videos hier schaut, lässt auch ein Abo da. Mein Traum für 2021 wäre es hinter mir, den silbernen Playbutton, den 100.000 Abonnenten Award von YouTube hängen zu haben. In diesem Sinne, ich würde mich unglaublich freuen, wenn euch der Content hier gefällt. Lasst sehr, sehr gerne auch ein Abo da und unterstützt das Ganze hier. Als nächstes haben wir die Kategorie Russian-Style Hooker oder Steckpfeifen, die sich so ein bisschen mehr am russischen Design orientieren. Viele Leute wollen auch lieber sowas zum Einstieg. Und da sind die 4 Pfeifen, die hier gerade stehen, sehr, sehr nice für. Wir haben folgende Pfeifen am Start. Das hier ist die Breeze 2, eine hervorragende Pfeife, zu der es auch schon ein Review gibt. Again, zu vielen von diesen Pfeifen, die habe ich schon Review. Guckt da einfach mal auf dem Kanal nach, wenn ihr da genauer was zu einer von diesen Pfeifen hier wissen wollt. Die Breeze 2 kostet 150 Euro und kommt mit einem Mundstück. Wenn ihr Code SWG noch bei Mose benutzt, bekommt ihr auch noch einen Schlauch dazu. Für 150 Euro eine super nice Pfeife, die mit 4 verschiedenen Entlüftungsmethoden kommt. Man kann hier vom Teller entlüften, man kann schräg nach oben entlüften, man kann unter dem Teller schräg nach unten weg entlüften und von der Base schräg nach oben entlüften. Das heißt, wenn euch so eine Spielerei wichtig ist, könnte die Breeze eure Pfeife sein. Es gibt auch noch die Breeze 1, die sieht relativ ähnlich aus, kann aber nur von hier entlüften. Bekommt man aber mittlerweile ab und zu für um die 100 Euro, manchmal sogar unter 100 Euro und dann auf jeden Fall ein absoluter Schnapper. Wie lange es die noch gibt, weiß ich nicht. Sie wird nicht mehr produziert, es gibt ja jetzt den Nachfolger. Aber hier und da findet man sich schon nochmal online, müsst ihr einfach mal googeln und vielleicht kriegt ihr die dann nochmal richtig günstig geschossen. Auf der anderen Seite haben wir erstmal hier den großen Bruder sozusagen von der Breeze, das ist die Dash. Auch eine sehr, sehr nice Steckpfeife, die auch nochmal ein kleines Update bekommen hat. Alle sehr nicer Durchzug, also die ganzen Pfeifen, die ich hier habe, haben sehr nice einen Durchzug. Sie sind halt mit einer Pom-Base versehen, beide an sich kein Problem, weil ihr kein Metall in das Plastik schraubt, sondern nur Metall in Metall und Plastik. Beziehungsweise dieses Pom-Material, das da benutzt wird, hält auch ewig lange, hat auch keine Kratzer, keine leichten Abnutzungen und so weiter. Also das geht wirklich fit. Diese Pfeife hier entlüftet auch schräg nach oben, die bekommt ihr auch mit Code SWG noch mit einem Schlauch dabei. Gibt es aber zum Beispiel auch bei Shisha Union mit SWG 10 nochmal ein bisschen günstiger. Wenn es was komplett Russisches sein soll, könnte ich euch die Modelle von HoneySci empfehlen. Die gibt es zwischen 80 und 170 Euro. Das hier ist jetzt die teuerste mit dieser Verzierung, die hier noch in der Rauchsäule drin ist, mit diesem Drache und mit dem Tiger. Kostet normal 170 Euro, kriegt man aber auch mit SWG 10 bei Union nochmal 10% günstiger. Auch eine sehr, sehr nice Pfeife. Von der Verarbeitung her würde ich sagen, ist es die schlechteste. Aber man bekommt wirklich eine Vollblut russische Shisha mit einem sehr, sehr ausgefallenem Rauchverhalten. Also sie klingt sehr kernig, sie ist sehr rau. Genau das, was russische Pfeifen so oft ausmacht, kommt auch mit einem Schlauch und auch mit einem Mundstück für den Preis direkt aus Russland. Beziehungsweise bei Shisha Union für 170 Euro. Also wenn ihr wirklich als erste Pfeife eine kleine russische Tischpfeife haben wollt, kann ich euch nur empfehlen, schaut euch mal die HoneySci Modelle an. Wenn es was sehr günstiges sein soll, habe ich hier noch die Ocean Cane. Die kostet 80 Euro, kommt auch in einem Set mit einem Schlauch und mit einem Mundstück. Dieses Stück hier ist aus Plastik. Das ist für eine Rauchsäule jetzt nicht super optimal. Wenn euch das nicht gefällt, könnt ihr das auch noch aus Metall holen. Dann kostet die Pfeife im Komplettset 100 Euro. Aber für 80 Euro in diesem sehr, sehr ausgefallenen Design auch auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Wenn ihr eine erste Pfeife sucht, die jetzt nicht komplett Standard aussieht, wie zum Beispiel die Aladin, die wir vorher hatten. Die sieht ja schon relativ normal aus. Das ist auf jeden Fall was Ausgefalleneres in einem ähnlichen Preissegment wie die Aladin. Wie gesagt, mit Schlauch, mit Mundstück, oft auch noch im Angebot und auch zu der Pfeife gibt es ein Review auf dem Kanal. Könnt ihr euch sehr gerne mal angucken. Die nächste Kategorie an Pfeifen, wo ich euch ein paar empfehlen will, sind große Komplettsets. Das heißt, wenn ihr eine große Pfeife wollt, die ein bisschen was hermacht, die man vielleicht auch auf den Boden stellen kann oder auf dem Tisch wirklich Präsenz zeigt, dann habe ich jetzt ein paar Empfehlungen, was große Vierschlauchpfeifen angeht, die aber noch preislich in Ordnung sind. Die Nummer 1, die ich euch da immer wieder nur ans Herz legen kann, sind die Pfeifen von The Hooker. Es muss nicht genau dieses Modell hier sein, das ist die Megatron, aber The Hooker hat auch viele sehr ähnliche Modelle vom Rauchverhalten und vom Preis her, die dann aber optisch ein bisschen anders sind. Da könnt ihr einfach mal bei The Hooker durchgucken und schauen, was euch da am ehesten gefällt. Sucht euch die aus. Die The Hooker-Pfeifen sind immer sehr gut vom Rauchverhalten her. Ich hatte noch keine, die mir nicht gefallen hat. Verarbeitung ist auch immer identisch, ist auch immer dasselbe Werk. Das macht da schon Sinn. Ihr habt vier Schlauchanschlüsse direkt dabei, ihr bekommt noch einen Schlauch, ihr bekommt noch ein Mundstück, ihr habt einen Molassefänger dabei, ihr bekommt einen Kopf, einen Kopfaufsatz, eine Schlauchfeder. Also das auf jeden Fall auch ein Komplettset. Und die The Hooker-Pfeifen meistens preislich so bei 150 Euro. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich will eine große Vierschlauchpfeife um die 150 Euro, dann ist das bei mir immer ganz klar The Hooker. Eine Alternative wäre noch die Aladin 670. Die habe ich jetzt gerade nicht da. Die sieht relativ ähnlich aus vom Design wie die 360 oder die 470, nur halt eben groß und mit vier Schlauchanschlüssen dabei. Die letzte Kategorie auf unserer Liste ist ein bisschen komisch in einem Anfänger-Empfehlungsvideo. Aber ich hatte die Idee, es kommen ab und zu auch Leute zu mir und sagen, Marvin, ich will mir jetzt meine erste Pfeife holen. Ich bin mir aber auch sicher, dass ich eine Pfeife haben will. Ich weiß, dass ich bei dem Hobby bleibe. Ich will jetzt einmal was wirklich Anständiges kaufen, was mir basically für immer hält. Und dann habe ich diese zwei Modelle hier für euch rausgesucht. Das hier ist die Aeon Edition 4, gerade in der Launch-Variante mit einem Anschluss. Es gibt sie aber auch noch in der Premium-Variante mit vier Anschlüssen. In der Launch-Variante kostet sie 270 Euro. Und in der Edition 4 Premium-Variante kostet sie 350 Euro. Dann wie gesagt mit vier Schlauchanschlüssen. Das Besondere an der Edition 4 Premium ist, trotz dass ihr mehrere Schläuche anschließen könnt, könnt ihr entlüften. Und es kommt trotzdem hier nach oben raus, was sehr, sehr nice ist. Das hier ist die Stimulation Pro X. Auch bei der könnt ihr entlüften, wenn ihr mehrere Schläuche angeschlossen habt. Mit dem kleinen Nachteil, dass der Rauch aus den Adaptern rauskommt. Also aus den nicht belegten Adaptern kommt dann hier einfach der Rauch raus. Da hätte man vielleicht noch ein etwas schöneres Entlüftungssystem einbauen können. Aber die Stimulation Base ist relativ schmal und da wird es doch deutlich schwerer, da noch was einzubauen. Wenn euch Durchzug wichtig ist, würde ich sagen, greift zu der Aeon. Ansonsten würde ich sagen, schaut die euch an, guckt, welches Design euch besser gefällt. Verarbeitungsmäßig beide absolut on point. Also ich glaube, die muss man schon wirklich richtig scheiße behandeln, dass man die in ein paar Jahren kaputt bekommt. Also wer eine Stimulation oder eine Aeon pflegt, der wird so ewig lange was da dran haben. Und wenn eben jemand sagt, okay, ich will mir jetzt meine erste Five holen, aber ich will mir was wirklich Anständiges holen, was ewig hält, dann ist es Stimulation oder Aeon für mich. Es gibt noch ein paar andere in derselben Kategorie, die man auch noch nennen könnte, zum Beispiel MIG oder Magnum. Bestimmt auch noch einige weitere, aber die zwei habe ich eben gerade da und die Aeon habe ich schon ewig. Die ist wie am ersten Tag. Also die Verarbeitung, das Rauchverhalten ist einfach ein absoluter Traum. Die Stimulation könnte ein kleines bisschen besseren Durchzug haben, aber Verarbeitung und Co. auch absolut next level. Die Stimulation Pro X kostet 380 Euro. Auch bei der Stimulation habe ich noch einen Rabattcode für euch. Da könnt ihr noch den Code SWG-PROX, also P-R-O-X benutzen. Und dann bekommt ihr da noch ein Schlauchset dazu. Bei Aeon könnt ihr auch gerne mit Code SWG bestellen. Dann kriegt ihr noch ein kleines Geschenk von Aeon obendrauf. Je nachdem, was sie gerade da haben. Meistens ist das so ein Carbon-Schlüsselanhänger. Leute, lasst mich gerne eure Gedanken unten in den Kommentaren wissen. Geht ihr damit konform? Findet ihr, das war eine gute Auswahl? Habt ihr vielleicht andere Empfehlungen, die man noch in die verschiedenen Kategorien reinpacken konnte? Und ansonsten gerne noch ein Abo oder einen Daumen nach oben da lassen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG.